Ungemütlich, arbeitsintensiv, nicht gerade nach unserem heutigen Geschmack. Doch so sah sie aus, eine fortschrittliche Wohnung für eine achtköpfige Familie im Jahre 1912 in Memmingen. Denn eine Toilette in den eigenen vier Wänden zu haben, das war für die damalige Zeit schon etwas Besonderes. Gebaut wurden solche 40 Quadratmeter großen Wohnungen von der Baugenossenschaft Memmingen, heute bekannt als Siebendecher. 1951 ist unsere Genossenschaft in das wiederaufgebaute Siebendächerhaus eingezogen. Das Siebendächerhaus ist ein bekanntes Wahrzeichen der Stadt Memmingen und im Volksmund wurden wir dann die Siebendächer genannt. Wir haben dann 1991 war es diesen Namen, den uns die Bevölkerung gegeben hat, angenommen und sind heute sehr froh und glücklich darüber und sehen in diesem Namen auch einen Qualitätsbegriff. Wie in ihrer Ausstellung im Atrium der Neuen Stranne dargestellt, hat sich das Wohnen in den letzten 100 Jahren deutlich verändert. Heute müssen die Wohnungen der Siebendächer Baugenossenschaft ganz anderen Anforderungen genügen. Demografischer Wandel, Rückwanderung in die Städte, mehr Platz, umweltbewusst. Die Ansprüche sind gestiegen. Heute sagen die Menschen ja auch, wir wohnen um zu leben. Wir haben heute ein ganz anderes Freizeitverhalten. Heute wird auch zu Hause in der Wohnung gearbeitet, zum Beispiel am Computer. Wir brauchen Computerzimmer. Das hat es früher alles nicht gegeben. Wir brauchen heute, obwohl wir ein- und zwei Personenhaushalte haben, nicht nur kleine Wohnungen, sondern auch der Zwei-Personenhaushalt, der braucht einen Arbeitsraum in seiner Wohnung. Er will schön wohnen, wenn er es sich finanziell leisten kann. Die Neue Stranne, heute ein belebter Teil der Innenstadt. Sie steht für eine gelungene Altstadtentwicklung. Hier hat die Stadt Memmingen zusammen mit der Siebendächer einen Stadtteil neu belebt. Das Konzept der Baugenossenschaft ist dabei allgegenwärtig. Lichtdurchlässig, viel Glas verbaut und dennoch behutsam eingebettet in bestehende Strukturen. Deshalb überragen hier die neuen Gebäude bewusst nicht das alte, historische. Trotz dieser Vorgaben wurden durch die neue Schranne einige städtebauliche Probleme gelöst. So haben wir hier zum Beispiel eine sehr große Tiefgarage gebaut, die den öffentlichen Kundenparken dient. Wir haben moderne Geschäfte angesiedelt, wir haben Attraktion geschaffen, wir haben Dienstleistung und Wohnen untergebracht. Und wir haben die Altstadt mit dem Schrannenplatz durch eine Passage verbunden. Wenn sie den alten Schrannenplatz gekannt haben, dann wussten sie, dass das früher nur ein Parkplatz war. Heute ist auf diesem Schrannenplatz Bewegung und Leben. Mit seinem auffälligen Dachstuhl ist das Siebendächerhaus noch immer das Symbol der Baugenossenschaft. Heute werden in dem 400 Jahre alten Bau und dem anschließenden Neubau daneben über 2800 Wohnungen und Gewerbeeinheiten verwaltet. Die Zangmeisterpassage, eines der bekanntesten Altstadtsanierungsprojekte der Siebendächer. Dafür wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Bauherrenpreis ausgezeichnet. Altes mit Neuem zu verbinden, gerade bei einer solch alten Bausubstanz, eine Herausforderung. Es gibt verhältnismäßig viele schlechte, moderne Bauten. Es gibt aber auch hervorragend gute, moderne Architektur. Wir gehören nicht zu denen, die Altertümeln, die Altes nachbauen wollen. Man muss eine Altstadt schützen, man muss die Proportionen einer Altstadt wahren. Jeder Mensch mag die alte Stadt und wir müssen versuchen, mit hoher Qualität, mit guter Architektur in der alten Stadt zu bauen und mit der alten Stadt umzugehen. Häuser der Siebendächer aus der Nachkriegszeit. Sie sind ein Beispiel dafür, dass auch bei der Baugenossenschaft manchmal Altes Neuem weichen muss. Anstelle der nicht mehr gefragten 50er-Jahre-Wohnungen sollen hier neue, den Ansprüchen der Genossen angepasste Wohnungen entstehen. Die PSG-Jahre-Wohnungen